Hey Freunde, was geht's? Ich bin's wieder, Khalid. Willkommen zu meinem allerersten Video. Ihr wundert euch, warum nach langem mal wieder ein Video kommt auf dem Kanal hier und nicht auf dem anderen, weil das ja dort, glaube ich, ein bisschen weniger mit Let's Plays zu tun hat. Grund dafür ist, ich war im Umzugsstress. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe leider kein Transportmittel dafür und musste alles durch den Kollegen hier ein bisschen erkältet. Auf jeden Fall, ich war im Umzugsstress und ja, das hat ein bisschen gedauert und ja, jetzt habt ihr endlich mal wieder ein neues Video, was es heute geht. Und zwar, es geht heute um das Unboxing. Ich habe alle meine Sachen jetzt hier rübergebracht, fast alle Sachen. Fehlen noch ein paar. Genau, die PS4 Pro gibt es heute. Manche wundern sich, warum ich jetzt die PS4 Pro oder PS4 jetzt auspacke. Ich habe einfach jetzt alles ausgepackt und hatte einfach Bock jetzt auf dieses Video, dieses Unboxing. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen mal los. Wundert euch nicht, wenn da Sachen drin sind, die nichts mit dem Paket zu tun haben. Ich fange einfach mal an. So, das ist erstmal schon mal das große Teil. Gleich. Ich mache erstmal einen kleinen Teil. So, das muss man festhalten. Dann haben wir einmal den Netz, Kabel, Strom, Anschluss. Hier mehr. So, hier Kopfhörer, der Restzeit, Fortnite und so, eben das Bescheid. Na, ich kann es auch gerne auspacken. So, hier. Also wie gesagt, Leute, ich habe alles eingepackt und hier einen Körper gebracht. Und ja, ich will jetzt nicht das ganze Zimmer zeigen, weil das sieht ein bisschen unordentlich aus. Und ja, zum Glück habe ich jetzt diese Variante, wo man halt nicht so viel sieht. Genau, das ist ein bisschen unordentlich aus, ne? Ich weiß. Aber auch egal. So, dann haben wir hier einen Controller. Genau. Das war die schwarze PS4 habe ich. Und das Hauptteil zeige ich euch gleich. Ich bin echt wieder im Gaming-Modus. Ich habe sowas von, ich hab gesagt, schon suchten. Ja, das waren jetzt so die kleinen Teile. Ja, noch hier so ein paar Anleitungen und so weiter. Hier noch so ein bisschen. Muss ich jetzt nicht alles rausholen. So, und jetzt geht es um das wichtigste Teil. Ich habe es extra so wieder eingepackt, wie es als erstes eingepackt war, also als ich das zum ersten Mal geöffnet habe. So, Freunde. Und hier ist das Teil. Ich freue mich echt, dass das schicke Teil jetzt bei mir hier zu Hause ist. Ich freue mich mega. Ja, was soll ich dann noch dazu sagen. Es wird auf jeden Fall richtig viel wieder gesuchtet. Falls ihr jetzt schon mal Vorschläge habt, könnt ihr gerne schon ein paar in den Kommentaren raushauen. Ich muss mich konzentrieren, um auf die Linse zu gucken, anstatt oben aufs Bildschirm. Ja, Freunde. Hier ist das Teil, ne? Und ja, wie gesagt, falls ihr Vorschläge habt, was ich so für Sachen zocken werde, ich schicke es mir gerne rein. Auf jeden Fall, was ich schon mal vorher sagen möchte, wie ihr vielleicht in meinem Kanal, also in meinem Kanal, von dem Kanal gelesen habt, oder Videobeschreibung. FIFA, GTA und COD werden definitiv kommen. Ja, falls ihr dann noch andere Vorschläge habt, ne? Ihr wisst ja nicht bescheiden, unten rein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Es wird mich lange dauern, bis das nächste Video kommt. Ich muss jetzt hier nur noch ein bisschen Ordnung reinbringen und dann kann es losgehen. Falls euch das Video dann bis dahin gefallen hat, lass ne Bewertung da. Schreibt gerne was unten rein. Und ja, dann würde ich sagen, Peace, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.